Nach 7% Kursminus in der Vorwoche startet der DAX erneut mit herben Verlusten. Es geht mehr als 300 Punkte abwärts. Die Händler, wenn wir sie hier ansprechen, sagen, es ist alles sehr, sehr nervös und nachdem die 200-Tage-Linie gefallen ist, sind auch noch weitere Kursverluste denkbar. Viele sagen aber auch, Moment, die Lows vom März werden wir wohl nicht wiedersehen, denn die Notenbanken, allen voran die FED, hat zwar gerade in der letzten Woche mit sehr, sehr klaren Worten nochmal die Lage umrissen, aber die Notenbanken tun viel mit der Liquidität, die sie in die Märkte pumpen, um die Volkswirtschaften am Laufen zu halten und damit auch die Aktienmärkte zu stabilisieren. Nichtsdestotrotz, Panikverkäufe sind ohnehin ein schlechter Ratgeber, denn langfristig steigen die Kurse durchschnittlich im DAX um ungefähr 7%. Danach sieht es im Moment noch nicht aus, es sind alle 30 DAX-Titel im Minus, denn die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle und damit die Angst, dass die wirtschaftliche Erholung nicht v-förmig ist, die ist groß und die Börsen hatten viel vorweg genommen, von 8.500 bis auf über 12.000 Punkte ging es rasant aufwärts oder fast 13.000 Punkte. Die werden wir wohl erstmal in den nächsten Handelstagen nicht sehen, zumal wir auch am Freitag noch einen Verfallstermin haben.